Jo! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Flaschendrehen mit Chris Hess und Braked Kiwi. Die waren beide letztes Mal schon da, aber das Video wurde irgendwie gesperrt und deswegen wiederholen wir das hier heute nochmal. Wir drehen die Flasche. Der, der dran ist, muss eine von diesen Aufgaben machen. Los geht's! Tu es! Ah, das ist so heiß! Elf mal auf, lass den Scheiß! Nein! Die Flasche ist gezinkt. Schön laufig. Zähne mit Senf putzen. Sofern wir jetzt hier eine Zahnbürste und Senf. In den Mund, in den Mund, in den Mund! Der schön putzt ist auch nicht gut. Heute ist heute schon wieder heute. Wie das geht? Scharf! Jetzt ne Kreise! Zeig mal, wenn's scharf ist, dann nick mal. Nick, wenn's scharf ist. Kreise! Schön kreisen! Kreisen! Hey, du musst kreisen, Junge! Das sieht so ekelhaft. Schön ins Zahnfleisch einmassieren. Nein, nein, nein! Läuft schön! Boah! 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 Das ist echt krass, ich sag's euch! Kann ich mitrennen mit der Kamera oder willst du bitte? Wenn ich renne, weil ich kenn halt die Aufnahme. Ich bin alle mega ekelhaft kacke! Aaaaaaaahhhh! Ok, Marc! 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 Marc ist am Start! Du bist da hin. Komm, ist Marc dran. Auf, komm. Du stehst vor. Am Ende prässt du den Zettel wieder. Du bist ein Video Baby singen. Nein! Nein! Doch! Ich hab das selbst gegessen. Ja, ja, es ist so ablaufend, der Marc muss jetzt ein Instagram-Video machen. Beides, beides. Marc, du kannst doch singen. So, Leute, ich hab mich jetzt entschieden, Covers zu machen. Ich hab mir gedacht, das neue Lied von Justin Bieber eignet sich dafür gut. Und ich kann ja mal kurz die Hook singen. Baby, 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 oh, I like Baby, Baby. Ah! Ja. Ja. Also, Marc ist das Gesangsgenie. Marc, du Gesangsgenie. So, Leute, das Video ist jetzt online. Ich sag jetzt, Paul, er zeigt euch das jetzt gleich mal. Guckt, guckt einfach mal alles schön. Das krieg ich nie wieder. Guckt das an. Guckt euch kurz an. Ey, ich hoffe so, dass ihr drankommt und auch die krasseste Scheiße. Chris, Chris. Nein, 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 ey. Chris. Nein! Oh, ich hab so Angst. Ich hab so Angst wie noch niemand. Ich hasse sowas. Ich weiß einfach, was die Aufgaben drin sind. Das ist der schlimmste Scheiß, ey. Jesus ist mit dir. Nein! Nein! Ich find halt die Nase eines anderen zu decken. Oh! 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 Boah! Das ist so eckig. Und das Niveau sinkt, Leute. Das Niveau sinkt, Leute. Das Niveau sinkt. So. Wäschel-Klammern ins Gesicht setzen. Wir haben Wäschel-Klammern mit und er wird jetzt bis zur nächsten Runde. Guck mal, meine Nase ist schon... Er wird bis zur nächsten Runde insgesamt vier Wäschel-Klammern im Gesicht haben. Alterlich. Du musst da richtig... Mach mal dran, ich krieg dich. Da hinten. Ich hab jetzt wirklich ne richtig coole Stelle ausgelassen. Ah, du fickst an meine Nase. Ah! Guck mal, die Kamera fühlt mich natürlich sehr gut. So, und die Sache ist, der Chris muss jetzt bis zur nächsten Runde bis zum anderen Tannis zu bleiben. Komm, bitte soll ich sagen. Heiko, Heiko, Heiko. So, Heiko muss jetzt wieder... Gegenstand... Ablecken. So, der Chris darf jetzt einfach irgendeinen Gegenstand hier nehmen aus dem Raum und diesen muss der Heiko ablecken. Lecker. Äh, und ich hab mir gedacht, die Jungs sind sehr so trendy und machen jetzt einen neuen Sport Longboard mit. Da haben wir trendy... Wie falsch, seit zwei Jahren. Schon länger als die meisten. Ja, aber jetzt ist ja der neue Trend und da gibt's ja auch so... So schön... So schön... Weißt du, ich weiß, was ich sagen würde, ich würd dich drüber lecken, ich würd's drehen lassen und dann über die Zunge lecken. Nee, Jogi, dann schleif die auf. Ja, ich schleif gar nix auf. Hey, ich weiß noch, du musst das richtig lecken. Jetzt nicht so pussyhaft. Leck, leck! Lecken! Super! So, wir werden jetzt, Chris, die Wäscheklammern entfernen. Entfernen. Schau, schau, schau. Ah! Ah! Kranker! Ah! Ah! Nein, nein, nein! Einfach abziehen! Du darfst den... Du musst einfach abziehen. Alter, ich hab Chris, glaub ich, Haare rausgebrochen. Yo! Yo! Alter, guck mal, guck mal! Alter, guck mal! Alter, guck mal! Alter, guck mal! Ey, er hat immer... Nein, nein, nein! Mann! Mann! Ey, ich hab doch... Ballongummi ins Gesicht. Hä? Das ist doch Milz! Das geht sogar noch. Halt's Maul, Milz! Ach so! Ey, was? Ey, pass mal auf! Ey, pass mal auf, wenn dieses Ding... Ja! Ja, ja, ja! Jetzt komm her! Nein, Mann! Der Heiko passt auf! Ah! Ah! Ich sag noch nicht aufs Ohr! Ah! Ey! Cool! Cool! Ah! Oh, Mann! Ah! Was ist denn so ein Ballong, ey? Ach so! Ich bin ja so... Ah! Oh, shit! Boah! Ganz lesen! Schnell lesen? Ich weiß nicht... In der Öffentlichkeit twerpen! Ey! Ah! 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 Puh! Wir hoffen es hat euch gefallen, wenn ja, dann klickt mal da oben jetzt zum letzten Flasche drehen oder ihr checkt unser letztes Wir kennen auch Video ab, auf jeden Fall Beides an Telle, hier mit denen auch noch gespielt und da auf alle Fälle, war mega lustig, äh checkt auch auf alle Fälle auch die Kanäle von den komischen Leuten ab, dafür, dass wir auch mitgemacht haben, BrainTV und The Chris Hash Show, Links in der Infobox und hier verlinkt, schreibt eure Ideen wie immer in die Kommentare, wir sehen uns wieder nächsten Lochisamstag mit einem neuen Video, wir sind jetzt raus, ihr wieder aus, adios, adios, das war meine Cola Outro